Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight Ein Mahnmal ist dein Versach. Heute Nacht stirbt die Legende von Batman und Gott noch stirbt mit ihr. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Aber ich weiß auch gar nicht mehr wie man das Batmobil ruft zu sich. So lange ist das jetzt schon her. Dann muss ich erstmal wieder gucken. Nein Bat. Äh. Ja. Muss mir jetzt. Muss ich jetzt nicht. Nein. Batman. Tu doch einmal das was ich will. Okay ihr merkt Leute ich muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Gut. Was haben wir denn überhaupt noch? Alles zu erledigen. Was ist das falsche? Also okay. Okay wir haben 79% durch. Info. Ah Pinguine ist auch schon wieder. Okay. Gut ich würde erstmal sagen machen wir erstmal die Hauptkampagne weiter. Ich bin auf dem Weg zum GCPD um die Nachricht auf der SWAT Frequenz aus der Stadt zu entschlüsseln. Auf dem Weg erfahren wir etwas über Scarecrow's Aufenthaltsort. Bestimmt Alfred. Bestimmt. Bestimmt. Wow. Ja. Das wird auf jeden Fall noch spannend glaube ich was hier passieren wird. Okay. Schon GCPD. Okay. Alles klar Batman. Ey. Alter sagst du jedes Mal. Wenn Batman hier durchkommt dann ist er tot. Wow. Okay. Das ist natürlich nicht so schön. Ah. Hoffentlich habe ich es noch drauf. Das scheint Poison Ivy zu sein. Die hier wo diese ganzen komischen Sträucher macht. Ah. Mann wie Bastarde. Mann ich sehe gar nichts. Bezieht dich mit einer Drohne. Hab ihn. Ich würde mal sagen du hattest mal nicht. Okay. Aber hier muss noch irgendwo einer sein auf der. Oh nein. Bitte nicht. Okay. Anscheinend nimmt die Aufnahme weiter alles auf. Ich dachte jetzt gerade schon ein bisschen daran dass ich da wieder aufhängen würde. Wie bei Poison Ivy vorhin. Also beim letzten Part viel mehr. Ist ja schon ein bisschen länger her. Daher klappt das mit dem vorher zu sagen. Nicht irgendwie. Okay. Packen wir mal ein. Ja okay. Stellen wir uns einfach mal in die Mitte. Hey Leute. Na. Kennt ihr mich noch? Ja gut gemacht. Und weg ist er. Danke. Danke Batman. Ich hatte schon gedacht wir schaffen es nicht mehr. Ja glaube ich auch. Oh was ist denn mit dem. Der ist ja ganz grün. Hey Batman. Wie geht's? Ganz gut. Aber warum ist sein Kumpel hier grün? Komisch. Boah. Diese Irrglauben müssen sie von dir haben Batman. Ja. Dann haben sie ja auch von mir. Ach du schon wieder. Wie der Angst hat. Ja der Typ scheint einen Herzinfarkt bekommen zu haben. Auch gut. Wenn er meint. Gut. Noch wird Gotham nicht untergehen Batman. Dank dir. Eben. Danke. Ich bin der Held. Ich bin der Große. Ich weiß. Danke. Erzählen sie mir von diesem Funkspruch. Würde ich wenn es ginge. Aber das ist ein verschlüsselter SWORD Kanal. Diese Jungs legen großen Wert auf ihre Privatsphäre. Ich bin drin. Emily? Hören sie mich? Hier ist Jim. Ich brauche ein paar Pläne. Ich habe Crane gefunden. und der Bastard wird sterben für das, was er meinem kleinen Mädchen angetan hat. War das der Commissioner? Was macht er? Er spielt mit seinem Leben. Aber ich habe die ID seines Funkgeräts. Das heißt ich kann ihn orten. Ja, das ist doch ganz cool Batman. Gut. Ich habe eine Funknachricht entschlüsselt. Es ist Gordon. Er lebt. Ich will, dass du die Funkfrequenz ermittelst. Und ihn für mich ortest. Natürlich, Sir. Die Übertragung scheint aus einem verlassenen Einkaufszentrum zu kommen. Das Gebäude ist seit einer Weile ohne Strom, Sir. Sie treffen womöglich auf ein paar Hindernisse. Der Prototyp der Distanzstromladung ist in der Asservatenkammer des GCPD. Er sollte mir weiterhelfen. Wie Sie wünschen, Sir. Officer Cash wird das sicher verstehen. Ja, glaube ich auch. Okay, die Asservatenkammer. Gut. Jetzt ist die Frage, wo ist die? Okay, siehst, woran sie... Ja, wir sind drin. Joker. Das ist also mein Andenken, was? Nicht mal ne Statue. Die meinen wohl, sie könnten mich einfach zu den Akten legen, oder? Ich bin nicht ohne Grund zurückgeschickt worden, Bruce. Und diesmal wird mich sicher keiner vergessen. Ja, meinste, Joker? Meinste? Was haben wir denn da alles? Scarface. Mr. Freeze. Ja, keine Ahnung, wer dem das, was... Wenn das gehört. Puh. Oh, yo. Talia Al Ghul. Black Mass. Anerkis Jacke. Cool. Ach, die... Ah, ja, genau. Das Elektrohain ist die Handschuhe. Geil. Okay, wir brauchen das anscheinend. Sie gehört Batman alias. Wir fragen lieber nicht nach. Batman hat das mit dem Rest der Beweise aus Arkham City hier gelassen. Cool, sowas in unserer Aservatenkammer zu haben. Hoffentlich will er es nicht mehr zurück. Jaaaa... Scheiße, ich will jetzt zurück. An die Elektro-Shop-Pistole. Sie gehört Batman alias. Wir fragen wie... Achso, klar. Batman hat das mit dem Rest der Beweise aus Arkham City. Ja, ja, Leute. Ich sollte mal lesen, was da draufsteht auf dem Hilfschirm. Unsere Asservatenkammer zu haben. Hoffentlich will er es nicht mehr zurück. Okay. Jetzt kümmere ich mich um Jim. Ha! Sehr subtil. Ich weiß, das ist die Asservatenkammer, Bruce. Aber denk doch mal an die Spuren. Oh, ne Ruddler-Trophäe, Leute. Ich zerschlag dich. Jo, wieder ne Trophäe mehr für uns. Müssen wir nur mal gucken, wo denn hier der Ausgang wieder ist. Geht halt ihn nicht auf. Was siehst du mich an? Ey, dass sie überhaupt da drüber nachdenken. Mich aufzuhalten. Ist schon eine Straftat für sich. Ja, der Typ ist tot. Eindeutig. Wenn der nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Du findest ihn. Ich weiß es. Natürlich finde ich Gordon. Natürlich. Ich bin der dunkle Geritter. Danke, aber ich brauch kein Glück. Ich bin Batman. Warte mal. Wartet mal. Äh, ja. Hauptmission. 80%, 20% fehlen uns noch. Wenn wir das Spiel auf 100% durch haben. Cool. Also zumindest die Kampagne, das Spiel an sich haben wir natürlich nicht auf 100% durch. Batman ist hier. Oh mein Gott, Batman ist hier. Wow, 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 wow. Das war ein bisschen viel, glaub ich jetzt. Ah, da ist der kleine letzte Bastard, der mir noch fehlt. Ja, ich treff dich auch. Siehste? Ja, so kann's gehen. Aus dem Weg, Jungs. Nein, natürlich nur du. Nur du pinst. Habe ich recht? Was anderes dürften sich da die Jungs auch nicht erlauben, denke ich mir mal. Ich dachte gerade, ich werde angegriffen, aber werde ich ja gar nicht. Das ist nur die Frage, wie. So, das habe ich noch nie gesehen. Das Ding schleudert die Drohnen rum, als wären sie nichts. So, ich park mal hier und gucke mich mal zu Fuß um. Vielleicht ist da irgendwo ein geheimer Eingang. Ich glaube nämlich nicht, dass wir mit dem Batmobil ins Gebäude rein können. Vielleicht von oben? Ich bin nicht enttäuscht. Wenigstens haben wir jetzt die Chance, sie zu erledigen. Ich will sehen, was dieser Typ drauf hat. Wer, Batman? Du willst wissen, was Batman drauf hat? Kollege, also wirklich. Ich dachte, das möchte er ja nicht wissen, oh Jungs. Das möchte er ja nicht wissen. Okay, ich glaube, hier ist wirklich zwar ein Geheimeingang, aber der ist von oben. Ich habe über mir diesen einen Kerl auf der Straße gehört. Der hat nur geschrieben. Das ist doch gar nichts. Ich habe zwei Typen darum kämpfen sehen, wer sich als erstes das Hirn rausbläsen darf. Okay, das ist, das ist crazy. Das ist echt crazy. Wer sich zuerst das Hirn rausbläst. Vielleicht kann ich durch den Gully an dem Rolltor vorbei. Gully? Ey Batman, manchmal bist du so schlau und sagst dann, ich kann in den Gully vorbei. Und sagst mir noch nicht mal, wo hier der Gully ist. Im Rolltor. Ein Gully am Rolltor. Sehe hier. Ah, Gully, Gully. Gully, Gully. Hast du da nicht auch mal so ein Lied, Leute? Gully, Gully. Irgendwas. Was kommt mir irgendwie so bekannt vor gerade? Gully, Gully. Keine Ahnung. Wo kommt mir irgendwie bekannt vor gerade? Umladung benutzen, um Generatoren oder auszuschalten. Okay. Bevor ich einen Befehl gebe. Das ist das Falsche. Ach da. Ich hätte das Falsche genommen. Gut, hoffentlich geht das Ding jetzt nicht wieder an. Nein. Oh, Joker. Ja, ja, das hätte ich jetzt nicht getan. Das würde ich jetzt nicht tun. Hallo, Jungs. Mach dich palbreite zu sterben. Mach dich pavreite zu sterben. Oh, Öff dann. Ja, mache ich mich nicht bereit zum sterben. das ist deine K*** zu sterben ahahaha Ich bin nicht bereit dem sterben. Scheiße. ja ви